hallo schönen guten abend benny freilinger hier lagerverkauf freilinger in gießen ich grüße euch und heiße euch herzlich willkommen zur neuen folge von freilinger tv genau ich hoffe ihr seid alle gesund und munter alles ist in ordnung und wir haben viele neue sachen reinbekommen schöne coole artikel ich werde euch das mal zeigen wir warten noch ein paar sekunden bis noch ein paar mehr leute dabei sind kommt rein seid gegrüßt und dann drehe ich mal rum ich übergebe das handy also wir fangen an als erstes hier naja bald weihnachten ist haben wir extra für euch geholt adventskalender von m&ms 361 gramm minis alles ist drin 361 gramm gibt es nur bei uns für 1 euro und 11 cent gibt es nur bei uns im laden online nicht 1 euro 11 dieser riesen adventskalender hier gibt es ganz wenige von ein riesen drümmer kellogg's adventskalender mit 800 810 gramm sind da drin wir werden auseinander geschnitten immer ein kalender mit lauter kellogg's portionen und und der kostet bei uns nein wir lassen das zusammen so der doppelpack hier 3 euro 50 gibt es nicht viele wer die haben will bitte morgen erscheinen ganz großen tüten lion kitkat minis smarties minis der 289 gibt sie bei uns für 179 reingekommen frischheil waffeln 300 gramm 79 cent gibt es online oder auch bei uns im laden skittels alle möglichen sorten 160 gramm bei uns dauerpreis 1 euro ist wieder eine neue lieferung reingekommen schmecken immer wieder gut was haben wir hier dann ohne maipro vanille oder schoko gibt es im display borteilendrinks kosten um die 2 euro normalerweise kriegt ihr bei uns drei stück für 1 euro auch ein geiler preis gibt es auch nur im laden bei uns nochmal gekommen oder wieder gekommen wie auch immer monster energy drink louis hamilton edition ist glaube ich die ganz normale energy drink 500 milliliter 77 cent plus ein wegfand online oder auch im laden erhältlich das erste mal bei uns hack fertig gericht hier oder wie auch immer perfekt zu nachos und reis oder für rips und reis vegan ist das ganze ja das gibt man einfach wohl dazu 1,29 euro bei uns sind über ein halbes kilo drin was haben wir noch mal gekommen oder wie auch immer große menge 18er karton oder dieses regel 18er karton 9 euro 99 online und auch im shop im laden was gibt es noch fertig backmischung hier die ganz große über 900 gramm drin habe ich gesehen online 9,99 kriegt ihr bei uns 599 große packung 599 coffee made haselnuss oder vanille aus amerika 425 gramm habe ich gesehen online beim günstigsten 749 gibt es bei uns für 599 auch müsste online auch dünn sein was haben wir noch hier knaller der woche twinkies das gibt es allerdings zu dem preis nur bei uns im laden online bei uns immer 699 wir machen die twinkies bei uns im laden 4 euro 99 nur hostels ding dong 6 99 statt 9 80 oder so 6 99 was haben wir noch dieses pups cerealien geschaffen für 699 online und auch in unserem laden und die nachfrage ist immer daraus lucky charms family size die ganz große packung ist das jetzt sonst haben wir immer die kleine gab für 699 hier das ist mehr wie ein halbes kilo drin habe ich gesehen für 1499 sonst kostet bei uns 899 gibt es nur das muss ich euch zeigen das sind pistazien das ist kein günstiges produkt das sind aus der türkei aus antep kommen die das sind sehr gute pistazien angeblich die besten der welt 1000 gramm ist nicht günstig kostet 15 euro aber ist wirklich wirklich super klasse ware das lohnt sich auf jeden fall kommt vorbei wir legen die an die kasse ihr könnt sie gerne probieren 15 euro die 1000 gramm tüte klagt zu und für alle die noch masken brauchen wir haben noch ein weg masken blau 299 schwarze 499 und es gibt auch noch ffp 2 masken 10 stück für 10 euro zertifizierte ware ist auch da das war alles ich wünsche euch einen schönen abend bleibt gesund kommt vorbei lagerverkauf freilinger gießen marburger straße 127 und ja wir sehen uns da das da da das da 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 Das war's für heute.